Nur fünf Gründe, warum es sich lohnt, bei uns zu arbeiten. Erstens, wir sind ein großartiges Team und haben Spaß zusammen. Freie Abend, ihr Loser! Warte mal, kannst du noch... Kannst du mal ruhig sein, guck mal auf die Uhr, ich mach hier gar nichts mehr. Zweitens, es gibt regelmäßig Fortbildungen, wie etwa für die PRF, also Eigenbluttherapie. Auch lernst du Zerre kennen. Mit dem modernen System können wir Patienten innerhalb weniger Stunden sofort mit Zahnersatz versorgen. 3D-Röntgen und 3D-navigierte Implantationen gehören bei uns schon lange zum Praxisalltag. Es gibt also immer wieder etwas Neues zu lernen, denn wir bilden dich weiter. Drittens, ein überdurchschnittliches Gehalt und viertens, viele Extraleistungen, wie Zuschuss zur Altersvorsorge, zur Fitnessstudio oder auch vermögenswirksame Leistungen. Ach ja, und fünftens, unser Chef ist natürlich auch super. Wir freuen uns jeden Morgen, wenn er in die Praxis kommt. Wir suchen MFA, ZFA, ZMF oder auch ZMV oder einen Assistenzarzt und Zahntechniker suchen wir auch. All Genders natürlich. Es sind auch noch weitere Stellen offen. Du findest sie auf www.drmerkundpartner-karriere.de